Schönen guten Tag, ich bin Roman und ich habe richtig gute Nachrichten für dich. Denn trotz Corona findet auch in diesem Jahr der Boys Day statt. Mit vielen coolen und interessanten Angeboten, wie zum Beispiel Interviews und Diskussionsrunden. Es wird sogar ein paar Angebote geben, die vor Ort stattfinden könnten, natürlich unter Hygienemaßnahmen. Der Boys Day, falls ihr euch fragt, was es überhaupt ist, ist der jünges Zukunftstag, an dem ihr Berufe kennenlernen könnt, in dem normalerweise eher nicht so viele Männer arbeiten. Ihr könnt zum Beispiel in Berufe reinschnuppern, wie in den pfleggerischen Bereich, den erzieherischen Bereich oder den sozialen Bereich. Denn Männer können ja nicht nur im handwerklichen Berufen oder zum Beispiel in IT-Jobs arbeiten. Ich selber war in einer Grundschule und habe mir den Beruf des Grundschulehrers angeschaut. Ich fand es mega interessant, habe total viel gelernt, würde es jedem weiterempfehlen. Hat euch das Ganze interessiert? Wenn ja, dann such dir deinen Platz und merkt hier den 22. April. Tschau!